Julius Ebert hier, hallo. In diesem Video geht es um den technischen Fachwirt, die technische Fachwirtin IHK. Und zwar geht es um die Frage, welche Fächer und wie schwer ist das Ganze, das heißt, welche Art von Fähigkeit oder welche Fähigkeiten werden hier verlangt. Und das wird, wie auch bezogen auf die anderen Berufsbilder, wird das eine Videoserie. Und im ersten Teil dieser Serie werde ich zunächst einmal die Struktur der Prüfung aufzeigen, um dann weiter in die Details zu gehen. Also, technischer Fachwirt, technische Fachwirtin. Die Prüfung besteht aus drei Teilen, drei Hauptteilen. Erstens, zweitens, drittens. Der erste Teil heißt wirtschaftsbezogene Qualifikation. Dieses Wort Qualifikation kommt jetzt dreimal vor, deswegen erlaube ich mir, das mit einem Q abzukürzen. Wirtschaftsbezogene Qualifikation, so heißt der erste Prüfungsteil. Der zweite Prüfungsteil heißt technische Qualifikation. Und der dritte Prüfungsteil heißt handlungsspezifische Qualifikation. Das sind also die drei Prüfungsteile. Und in jedem dieser drei Prüfungsteile erwarten uns Fächer. Und ich zeige jetzt mal hier die Anzahl zunächst mal noch auf, damit wir hier ein Strukturbild haben. Also die erste Strukturzahl ist drei. Bei der wirtschaftsbezogene Qualifikation gibt es dann vier Fächer im Rahmen dieser Überschrift. Bei der technischen Qualifikation gibt es drei Fächer und bei der handlungsspezifischen Qualifikation gibt es wiederum vier Fächer. Also vier, drei, vier. Das ist eine ganze Menge. Das sind sieben, das sind elf Fächer insgesamt. Und in diesem Teil hier, handlungsspezifische Qualifikation, da begegnet uns auch noch die sogenannte Situationsaufgabe. Das heißt, wir können sagen, dass dieser erste Teil schriftlich ist, der zweite Teil schriftlich geprüft wird und der dritte Teil schriftlich ist und mündlich. Das ist eben jene Situationsaufgabe. Das ist zunächst mal die Struktur der Prüfung. Und im zweiten Video von dieser Serie werden wir dann hier einsteigen in die wirtschaftsbezogene Qualifikation. Ich werde Ihnen hier die vier Fächer nennen. Und dann werden wir die Fächer einzeln durchbringen. Ich überlege gerade, nein, das ist ja eigentlich Blödsinn, wenn ich das erst dann mache. Lassen Sie das eben hier noch aufnehmen. Also, die vier Fächer heißen VWL, also Volks- und Betriebswirtschaftslehre, VWL, BWL, erlaube ich mir mal abzukürzen. Dann Rechnungswesen, RW, Rechnungswesen, Recht und Steuern und Unternehmensführung. Ja, also ich wiederhole nochmal. VWL, BWL, wir sind bei wirtschaftsbezogene Qualifikationen, die vier Fächer lauten. VWL, BWL, Rechnungswesen, Recht und Steuern und Unternehmensführung. Und im Rahmen der technischen Qualifikationen, da haben wir naturwissenschaftliche und technische Grundlagen, N und T, naturwissenschaftliche und technische Grundlagen, technische Kommunikation und Werkstofftechnologie und Fertigungs- und Betriebstechnik. Ich wiederhole nochmal. Naturwissenschaftliche, N und technische Grundlagen. Dann als zweites technische Kommunikation und Werkstofftechnologie und Fertigungs- und Betriebstechnik. Und im handlungsspezifischen Teil, da haben wir vier Fächer. Absatz, Materialwirtschaft und Logistik, Produktionsplanung, Steuerung und Kontrolle, Qualitäts- und Umweltmanagement, Q&U, und FUZ-Führung und Zusammenarbeit. Ich wiederhole nochmal. Im dritten Teil hier, handlungsspezifische Qualifikation, haben wir Absatz, Materialwirtschaft und Logistik als ein Fach, Produktionsplanung, Steuerung und Kontrolle als zweites Fach, Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz als drittes Fach und Führung und Zusammenarbeit als viertes Fach. Sie sehen, das ist schon eine ganze Menge und ich werde jetzt im Folgenden diese Fächer einzeln aufrollen und erklären, was uns da, was sich dahinter verbirgt, soweit ich kompetent bin. Ich bin nicht kompetent hier für diesen Teil, ja, für den zweiten Teil. Da zeige ich in Zukunft nur noch die Struktur, damit Sie wissen, ah, dieser Teil ist auch noch da, aber für den bin ich nicht kompetent. So, dieses Video schauen Sie, weil Sie dieses Berufsbild interessiert. Machen Sie den ersten Schritt, holen Sie sich die Prüfungsordnung, ja, da finden Sie das alles, was ich hier gesagt habe, auch nochmal, nur nicht so schön, wie es in dem Film die Feuerzangenbohle so schön heißt, ja, also ich mache das hier natürlich viel schöner, aber Sie müssen diese Prüfungsordnung haben, das müssen Sie einfach in der Schublade liegen haben. Deswegen machen Sie folgendes, wenn das hier das Video ist, in diesem Kasten hier, V wie Video, dann ist unter dem Video ein Link, der sollte sauber hier links sitzen, aber nicht immer tut er das. Sie klicken auf diesen Link, da erscheint eine Seite, da tragen Sie Ihre E-Mail ein und dann bekommen Sie kostenlos und unverbindlich dieses PDF zugeschickt. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass, wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.